Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie ihr aus diesen Materialien eine kleine Rauchbombe bauen könnt. Viel Spaß beim Video. So, zuerst schneidet ihr mit einer Nagelschere den Tischtennisball oben ein Loch rein. Ungefähr in der Größe von der Schrift. Das kleine Plastikstück, was übrig geblieben ist, das könnt ihr erst mal mit der Nagelschere zerkleinern. So, anschließend schneidet ihr mit der Schere ein Stück Alufolie ab, dass man dann den Tischtennisball da drin einwickeln kann. So, so groß ungefähr. So, dann nehmt ihr den Tischtennisball mit dem Loch, steckt euren Finger oben rein, nehmt die Alufolie und wickelt den Tischtennisball ein. So. Dass ihr oben so eine Öffnung habt noch, wo er vor allem später rauskommen kann. So, dann steckt ihr nochmal euren Finger rein, drückt das nochmal schön fest an allen Seiten. Jetzt müsst ihr nur noch noch ein bisschen von den zerkleinerten Tischtennisballen. Könnt ihr noch ein bisschen was nehmen, oben reinfüllen. Dadurch räuchert die Rauchbombe dann am Ende noch mehr. Und das war's eigentlich schon. Dann müssen wir nur noch hier unten das ein bisschen glatt machen, damit man besser das anzünden kann. Und das Testvideo folgt dann auch noch gleich. Okay, viel Spaß beim Test. So, jetzt finden wir erstmal eine Rauchbombe. So, jetzt finden wir erstmal eine Rauchbombe. So, und jetzt nochmal ein in den Gebüsch. Jetzt ist das noch kurz ausgegangen. So, und nun am Ende nochmal drauf einmal. So, jetzt machen wir erstmal noch. So, das war's von meinen selbstgemachten Rauchbomben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt gerne mal einen Kommentar und eine Bewertung da lassen.